Willkommen bei One App A Day. Jeden Tag eine App. IOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Mein Mann, mein Mann, was grüßt ihr und hallo und willkommen zur neuen One App A Day Folge mit einer Android App, der App Impact Steps Fitness Charity. Ähm, aktuelle Versionsnummer 22.08.29. Android 5.0 oder höher ist die erforderliche Betriebssystemversion. Die App ist gratis und bei 91.789 Gesamtbewertung. Eine Durchschnittssternebewertung von 4,75 Sternen. Über die App Schritte verfolgen, spenden Sie Schritte an eine Wohltätigkeitsorganisation. Gehen, laufen, für die Gesundheit werde gesund, Gutes tun. So ist die Beschreibung. Das ist Indias First Fitness Kindness App and Your Personal Health Companion. Die Idee ist, ihr macht halt Schritte oder joggt etc. pp. Die App holt sich Daten, auf jeden Fall von Google Fit. Und die Schritte könnt ihr im Prinzip umwandeln in Spenden für Wohltätigkeitsorganisationen. Ähm, die Idee gefällt mir. Auf jeden Fall. Weil, warum nicht? Ähm, manchmal werden die Schritte allerdings tatsächlich, äh, nicht so richtig, äh, gezählt. Beziehungsweise zu wenig gezählt. Beziehungsweise, äh, entspricht halt nicht dem, was Samsung Health, die Uhr oder Google Fit etc. zählen. Ähm, dann kann man, dadurch kommt natürlich weniger Spende zusammen. Kann man nur hoffen, dass das Geld, was man dann spendet, tatsächlich auch ankommt. Aber grundsätzlich die Idee von Impact Steps Fitness Charity gefällt mir auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info at oaad.de, facebook.com slash oneappatalk, gplus.deo slash oneappatalk oder eine Ad-Mention an twitter.com slash oneappatalk. Das war One App A Day.